ja leute dann wisst ihr jetzt schon mal bescheid helfen kannst ja nur ja auf jeden fall wir spielen dirtybaum wir sind jimmy juill die kennt die ganzen scheiß eigentlich schon warum erzähle ich euch das jedes mal wieder ja gayriki verfolgt mich seit ich weiß nicht wie viel spielen und ist immer in central fesse und berät steht steht nur am sporn ja trotzdem einfach kicken ein ort das gibt es doch nicht noch alle an das frage ich mich auch was zum fick ist das bitte kannst du mir nicht erzählen dass das jetzt hier nur wir sind einer verfickt noch mal mehr na gut jetzt gerade ist gedroint spiel macht mehr spaß als ein poster untersuchen tatsächlich noch nicht eine aber man darf ja wohl noch raten können oder ich habe tatsächlich bedenken was seine aussage angeht den er nicht also tendenziell würde ich jetzt sagen nein ich bin der ganzen situation etwas abgeneigt wenn man das zu formulieren darf die haben schon längst geplant wir sind nämlich auf auf kurs weiß ja ist klar eine verschissene pistole kannst du dir eine verfickte ja ist klar du bist da oben ich sehe dich deine mutter sind zwei menschen in einer person beides männer also ich sag dir wenn die runde jetzt so weiter geht dann schwöre ich dir wirklich das spiel ach komm fick deine schifte huren mutter weißt du was ein fix einfach nicht sie ist auch keine hure mit dem aussehen kann man kein geld verdienen und nur für alle fälle disclaimer ja das war persönlich ich bin dafür soll es meinen machen ich mache ja klar weil ich dringend scheiße zusammenschneiden muss weg 14 muschi huren so ein pimmel arschschwanz monetarisierung für den arsch aufnahme hallo liebe leute go get some oh ich bin schon fast tot wow ein wunderes geschehen wie ist das denn passiert oh ja ja genau wundert mich auch voll magazin leer ja was was wie hat er mich mit der fracken grenade gekillt die noch gar nicht vor mir explodiert merke ich eigentlich nicht ihr kennt den scheiß doch ihr macht den scheiß da jeden tag mit leute guckt euch direkt da auch hoffentlich an weil ich will das ja echt nicht umsonst das können euch kneifen ja warte 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 hast du mal in den papieren geguckt äh am wenn youtube war nie nein natürlich hast 4 cent pro jahr Jimmy ja von 4,5 das ist gestiegen Inflation und so geil nice kann ich eigentlich noch der Ball ist mir doch scheiß egal kein ist immer im Fick Team hab ich das nicht gerade deutlich ausgedrückt hab ich mich unklar ausgedrückt vor allem wächst er sich darauf dass er intimes bezogen und 30 level und dann er dabei weißt du dann er dabei weißt du das hat nichts mit skill zu tun na das hat auch nichts mit skill zu tun die carry'n dich einfach um die ganze zeit und spawn rapen in bemühte Art und Weise na go get it miss Geburt Hauptsache da nennt sich jemand echt San Diego Hashtag 420 oder Nummer 420 oder Nummer 420 ach wie wenig Selbstrespekt muss man eigentlich haben San Diego ist auch noch ein relativ normaler Name S-U-N Diego Naja Rapper Ist doch irre weil er kann doch einfach San Diego heißen ganz normal und hat sich dann gedacht wie heißt er muss doch nichts mit deutsch zu tun haben mit deutschland wenn er Diego heißt ja ok von mir ist aber ich bezweifle er kann doch San Diego heißen das ist ein ganz normaler spanischer Name ja na ach quatsch welcher Drogenverseuchten lebst du denn San Diego ist doch kein normaler spanischer Name Diego ist ein spanischer Name San Diego San Diego wäre eine Stadt nur weil es die Stadt ist ist das kein Name für Menschen oder was genau so siehts aus Paris ist auch kein Name für richtige Menschen nur damit ich erstmal klar stellen kann hier denkt euch lass mich zufrieden wahrscheinlich war Spongeboss schon vergeben von eins ach wo ist denn mein Team hier ja da wo es hingehört tot oh egal carry mich so eine Mine alter ich bin bin Riot man zu wenig zu wenig ich bin tot Full Metal Bitch ist auch ein gewagter Name seit wann bist du eigentlich der Verständnisvolle im Team Jimmy kannst du mal aufhören zum Schwachsinn naja das ist ja wieder das widert mich an ey durch die Wand for real ne da wir haben ja keine gekriegt ich kann es doch nicht bei einem ping von 36 im Spiegel eng im TS das war ja ganz tollem providerfack ha ha hashtag just do it du bei uns auf spawn camps wer auch immer das war habe ich der leiche verständet gelaufen ja ich habe das bewusst lakonisch alles wie wollen wir von einer katze anfangen das ist mein kater aus dem was auch immer die sponder natürlich spawn camp der bastard wieder den gespawn camp in den sack ok ich weiß schon aber auch was vorzumachen die penner hier aber die zu fünf bei uns vom sporn stehen ist das halt so ein bisschen sporn hat ein bisschen ja ihr habt vor den skill das glück oder können ist aber ich sterbe jedes mal weil ich schon direkt am sporn stehen ja das mag er sein ich komme da nicht mal hin halte ich steht direkt vor dem sporn ausgang bei mir ja hier das ding war aber das voller gas stelle dir vor ich habe keine aufnehmen das können ich dir zeigen fakt halt so 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 so